Hallo und herzlichst Willkommen, ich würde schon fast sagen zu einer kleinen Swirlpool Umfrage, aber dafür ist mir das Spiel irgendwie zu schade. Wir spielen jetzt einfach mal ganz kurz eine Runde Agario. Viele von euch werden es schon kennen, ist gerade der Trend. Oh scheiße, im Internet würde ich beinahe sagen. Ich habe es eigentlich nur durch ein paar Kommilitonen überhaupt mitbekommen, was das für ein Spiel ist. Die spielen das nämlich während der Vorlesung die ganze Zeit und es ist grundsätzlich ganz einfach. Man kann sich das so vorstellen, wir sind hier alle Bakterien. Oh scheiße, jeder kreist irgendwie einer. Man kann sich benennen, wie man will. Es gibt verschiedene Skins, so zum Beispiel den Mars hier oder den Mond hinter mir. Und Ziel des Spiels ist es, so groß wie möglich zu werden und das kann man erreichen, indem man diese kleinen S-Zeichen hier isst. Oder aber, wie es für Pilcher, für Bakterien halt üblich ist, auch einfach mal andere Bakterien zu fressen. Je größer man ist, desto mehr Kleine kann man fressen und rechts oben seht ihr einen Anführer-Board. Also die größten Leute werden da halt eben angezeigt. Und wir versuchen jetzt mal mit unter die größten zu kommen. Ich habe gerade nochmal die zwei Kommilitonen, die mir das gezeigt haben, angeschrieben. Bock auf Magario und Let's Play. Mal sehen, ob die mich gleich auf Skype anrufen. Wenn ja, dann sind wir gleich drei Leute. Wenn nicht, dann mache ich das hier eben alleine. Und Spanien nimmt gefälligst nicht den Mars ein. Der gehört allen. Was auch geht, ist NASA. Ist recht geil, wenn die NASA dann den Mond auffrisst. Oder den Mars oder sowas. Sowas kann hier schon ziemlich häufig mal passieren. Das muss mal ganz kurz... Nein! Hingucken, das wäre schlau. Ich habe vergessen, meine Hand an die Tester zuzulegen. Denn, ähm, auch als Mars kann man sich teilen, was ja schon ziemlich witzig ist. Ähm, man kann Leute feeden, also man kann Teile von sich abschmatzen, schmarotzern, um dann... Halt, lasst mich in Ruhe! Der Mars braucht keinen Mond. Ähm, um dann halt einfach andere Kumpels so größer zu machen. Oder aber diese grünen Dinger, die ich euch hoffentlich gleich zeigen kann. Sehr schön. Die hier größer zu machen. Die explodieren nämlich irgendwann, wurde mir gesagt. Und hier können alle, die größer sind, als das Ding an sich nicht rein. Das heißt, die kann man sich als kleine Bakterien gut verstecken. Was auch geht, ist das hier. Das ist da gerade gefällt. Egal, man kann sich teilen. Und dann mit dem Geteilten halt auffressen. Man setzt sich auch irgendwann wieder zusammen. Das dauert bloß seine Zeit. Und solange man natürlich kleiner ist, ist man anfälliger. Aber je größer man wird, desto langsamer wird man. Jum, 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 jum. Das war lecker. Ähm, und das gibt natürlich Probleme. Lasst mich in Ruhe. Punkt ohne Namen. Ähm, denn wie gesagt, je anfälliger, desto schneller ist man tot. Und, ja, genau. Wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Jo, und ich werde angerufen. Perfekt. So, hallo. Schönen guten Abend, Hans. Schönen guten Abend. Wir sind schon mitten in der Aufnahme. Kannst direkt mit reinkommen. Mir fällt gerade auf, wir müssen erstmal einen Server suchen, ne? Okay. Das war dumm von mir eingestellt. Ja, genau. Das da ist Andreas. Der hat mir das Spiel gezeigt. Der Lappen. Und. Tut mir leid. Ja, und deswegen müsst ihr es. Ich möchte nicht vorkommen. Was? Und deswegen müsst ihr es jetzt ertragen. So. Ah. Also, ich bin gerade Mars. Ähm, ich warte noch, bis ich gefressen werde und dann suchen wir zusammen ein Server, okay? Ich kann auch einfach auf deinen Server joinen. Ja, ich bin schon draußen. So, ähm, das heißt... Sehr gut. Genau. Das ist auch, falls ihr mit anderen spielen wollt, geht am besten hier nach Ozeanien oder China. Ja, momentan sind in Estland oder Est-Asia. Üst. Oh, Üst-Asien. Genau. East. Ja, East. Was heißt Osten? Ja, Osten, sag ich doch. Ähm, in Osten die wenigsten Leute. Also, gehen wir nach Ost-Asien? Äh, was bei dir auf irgendwelchen Plätzen? Ähm, wir gehen nicht nach Ost-Asien. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Also, Ozeanien. Facebook ist Zweiter. Okay. Äh, ja, dann muss ich mal suchen. Jetzt ist Sir Zweiter. Genau. Also, einfach dann so oft versuchen, beizutreten, bis man da ist. Dann kann man zu zweit spielen. Oder zu dritt oder zu viert. Und das Französische Königreich hat den Mond gefressen. Schade. Sir, das zweite Sir, das dritte ist... Lead me as French Kingdom. Okay. Ich hab's richtig gefunden. Sehr gut. Dann, du bist wahrscheinlich wieder Most Meister-Proton. Nein, Master-Proton, bitte. Master-Proton, ja. Nicht Meister-Proton. Ich hab' gleich in den B schreiben. Ja. Was? Meister-Proton. Ja, genau. Ähm. Ich versuch, dich mal zu finden. Ey, immer wenn ich versuche, Pokerface zu schreiben, funktioniert das nicht. Der Typ wie hier hat's hinbekommen. Das ist nicht unfair. Da musst du bestimmte Schreibweise beachten. Achso, und nochmal für die Leute. Es gibt da bei diesem Spiel bestimmte Skins. Äh, die schaltest du halt frei, wenn du einfach einen Namen eingibst. In bestimmten. Genau. Oh, Scheiße. Äh. So, ich musste gerade Facebook ausweichen. Ich mag diese Plattform nicht. So, dann versuche ich dich mal zu finden. Dann können wir hier zusammen durchspielen. Das kann ja nicht so schnell. Ich muss erstmal überleben. Ich muss im Moment erstmal überleben. Okay. Dann warte ich, bis du groß bist. Du bist nämlich besser als ich. Und... Ganz oben rechts in der Ecke. Und werde jetzt nicht gefressen. Was für ein Zufall. Oh, hi. Das bin ich. Ich bin neben dir. Du bist die Dodger? Ich bin die Dodger, ja. Okay. Das ging leichter als gedacht. So, und wenn man gleich groß ist, das können wir mal ganz kurz zeigen, passiert halt einfach nichts. Oh, Scheiße. Texas. Texas. Und der Held kommt auf. Nein, nein. Oh, fuck. Ich habe wieder meine grünen Babbel. Du bist tot, oder? Ja, Facebook hat mich auch gefressen. Noob. Nein, du bist halt Facebook. Den kann man sich nicht entziehen. Also, ja. Ja, doch. Du bist auch auf Facebook, siehst du? Jeder ist da. Bis auf. Bis auf einer. Bis auf Jan. Und übrigens, es ist nicht möglich, auf Facebook... Lass mich! Es ist übrigens nicht möglich, auf Facebook Mark Zuckerberg zu blocken. Ich habe es schon probiert. Geht wirklich nicht. Ey, ich habe es auch mal gelesen. Es funktioniert wirklich nicht? Oh, das ist böse. Ja, ich weiß. Voll gemein. Ja. Nein, auch manchmal, ich bin schon wieder gefressen, weil ich bin so scheiße. Dem ich aufnehme. Also, eigentlich immer. Aber jetzt halt eben gerade extra. Das ist schon das Agairo, das stufeste Spiel ist, was es gibt. Ja, ich kann trotzdem schlecht drin sein. Das ist so meine Spezialfähigkeit. In jedem Spiel, was ich... Let's Plays machen, da irgendwie ein bisschen... Ja. Wenig Sinn. Nein, ich will ja nicht Tutorials machen, sondern ich will nur spielen. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Lass mich in Ruhe. Und sterben. Ja, ich versuche mal wieder zu dir zu kommen. Du müsstest ja jetzt relativ groß sein. Kannst mich bestimmt vor der SS beschützen, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin 200 groß. Das sieht man übrigens unten links in der Ecke. Genau. Was mir aufgefallen ist. Ich bin 8, jetzt 44. Und Heilhydra kriegt die Doctrine nicht. Was? Heilhydra? Heilhydra, ja. Okay, das ist ziemlich krass. Also, hier nennen sich auch extrem viele Leute Nazi, Hitler, Heilhydra. Ja, ich weiß nicht warum. Na, Heilhydra ist ja... Ach du Scheiße, ist Heilhydra gerade groß geworden. Na, Heilhydra ist ja aus hier Marvels, Captain America. Das ist nicht direkt was mit... Doch, das ist auch... Es gab auch eine Geheimorganisation namens Hydra. Gut, das wusste ich nicht. Das war eine Sondereinheit der SS. Gut, dann ergibt das Ganze noch mehr Sinn. Aber ich denke, das wissen die alle nicht, deswegen nennen die sich so. Und Nazi nennt sich wahrscheinlich, weil es Hitler als Bild gibt. So nach dem Motto, Hitler verleibt sich alle Nazis ein. Okay. Ich habe auch schon überlegt, Hitler zu nehmen. Aber es wäre vielleicht für YouTube ein bisschen nicht angebracht. Obwohl man dann einen lustigen Schnauzbart hat. Obwohl man dann einen lustigen Schnauzbart hat, genau. Schwachen geht übrigens auch. Dann hast du einen anderen lustigen Schnauzbart. Aber dann finde ich Like is Sir noch wesentlich besser. Bist du Dodge? Ja, ich... Nee, nee, ich bin rechts oben in der Ecke. Okay, also bist du nicht direkt neben mir. Nein, kannst mich fressen. Also, den darf fressen. Mich fressen. Ich muss erst mal Hitler fressen. Ah, nee, ich kann mich erwischen, aber den ganzen Rest da hier mit oben machen. Okay, mach das. So. Nein, deine Mutter kommt. Sie ist ziemlich groß. Echt? Ist deine Mutter? Also, your mom, ja. Nein, Facebook nicht schon wieder Facebook. Wäre es nämlich auf Deutsch deine Mutter, dann wäre es, glaube ich, Moritz. Das wäre ein bisschen krass. Deutsch funktioniert nicht. Ich kann nicht ausweichen. So, Sir. Ich muss zugeben, der Name Browdly Sucking ist in dem Zusammenhang echt witzig. In der Tat. Das hat was. Ich schlucke Stolz. Ey, aber, ne, Heil Hydra ist Erster und Hitler ist schlechter als Hydra. Okay. Ja, Unterorganisation, ne? Ja, natürlich, die hat alles in der Hand. Fuck, fuck, meine Mutter saugt gerade am Sir. Nicht gut. Nicht gut. Heißt du jetzt Sir? Ja, ich bin der Sir. Nein, India! Sir? Sir, ja, mit dem geilen Schnauzbart und dem Monockel. Ey, fuck, wunderschön. Dich kriege ich. Ja. Fuck, nicht schon wieder Facebook. Ey, guck mal aufs Leatherboard. Oh, Master Brotan ist mit drin, sehr schön. Ich glaub, du solltest aufnehmen und nicht einfach bloß meine Stimme dir leihen. Damit jeder denkt, ich würde aufnehmen. Und jetzt kommt schon wieder die Mutter und will an mir saugen. Warum solltest du dich Master Brotan nennen? Nein, du solltest dich Master Brotan nennen, du solltest spielen aufnehmen und ich leihe dir meine Stimme, damit die denken, ich spiele. Wow. Ja, feuer schlaue Idee. Oh, die Intellenz hier. Voll die Intellenz, ich bin KLUK, KLUK. Hans, haut wieder Intellenz raus, das kennt man ja. Komm schon, die zwei kriege ich. Ja. Ey, Ruffels, ich bin Ruffels gefunden. Ich hab Lukas gesessen. Oh, hier ist wieder Bro, ich hab Brodly Sucking gefunden. Brodly Sucking. Und daneben ist es und ich bin immer der Sir. Boah, das ist eine komische Konstellation hier gerade. Und dann kommt schon wieder Facebook. Oh, die lassen mich doch nicht in Ruhe. Fuck, nein, 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 ich komm schon. Hast du Facebook gefressen? Ich wurde gerade so ein bisschen wie gefressen, ja. Aber ich fresse jetzt ein bisschen Dodge auf. Ja, und haut dann nicht wieder ab. Verdammt. Ja, große Sachen fordern, große Opfer. Oh, Big Boards, ja. Ich bist, äh, was bist du hier? Ich bin Sir. Immer noch, oh, bin tot. Okay, also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt überlege ich, dass ich, warte mal, ich hab auch irgendwo eine Seite gefunden, was es sonst noch so gibt. Ja, gibt's ja unbedingt, was gibt's, ich glaub, ein Fogel oder sowas. Also, wenn man da echt Langeweile hat, kann man hier echt Stunden bei diesem Spiel zubringen. Wie ich in der Uni. Ja, da hab ich schon erzählt, dass du das immer in der Uni spielst. Und ich will auch jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber es gibt hauptsächlich Länder, ne? Ja. Ah, okay, ich will mal Piccolo. Das ist, das wird schon in Ordnung gehen. Ja, genau, Piccola. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so eine Schleichwerbung. Ja, ich will Dragon Ball Z, das geht in Ordnung. Und hier ist Hitler. Haben wir ihn nicht alle vermisst. Ja, natürlich. Vor allem zweimal Hitler. Er hat sich geteilt. Also, so gesehen, dreimal. Einmal in großen, einmal in klein. Okay. Ich freu mich dann schon, wenn Piccolo Hitler tötet. Das gibt's auch nur in dem Spiel, ja. Ein bisschen, ja. Ja. Aber es ist immer wieder gut, wenn Hitler Polen frisst. Das ist immer jedes Mal. Das ist genauso geil, wie wenn die Türken versuchen, auf Deutschland zu kommen und dann zu wenigen. Hey, du bist doch Piccolo, oder? Ja, ich bin Piccolo. Du hängst hier neben mir rum. Jo, geil. Alter, bist du groß. Soll ich dich fielen? Hier, nimm das. Jo, mach mal, danke. Hey. So. Ich hab den Haken mal mitgenommen, ne? Der lag auf meinem Weg. Ja. Wow. Wenn ihr nämlich solche Noob-Freunde habt, die überhaupt nicht überleben können, müsst ihr die immer fielen, damit die halt ein bisschen Chance haben. Ja, komm, dafür hab ich grad Facebook gefragt. Äh, du bist gleich tot. Nein, kannst du Airbus mal aufhalten? Nicht zu den Airbus ran! Hast du ein Mail, dass er auf deine Angegangen ist, wenn das genauso muss. Deswegen hab ich gefragt, ob du mir helfen kannst, aber nein, du musst ja abbauen. Ich könnte dir nicht helfen. Doch, du könntest ihn auffressen. Du könntest nur tun, als ob. Du könntest ihm ein bisschen Angst machen. Es ist grundlegend dämlich, sich mehr als in zwei Teile zu teilen. Ja, aber du könntest es trotzdem jetzt, liebe, mal tun. So tun, als ob, ne? Fakt ist heute so. Äh, aber nur nein, das wär dumm. Der Airbus ist immer noch hier. Jetzt versteh ich das Wortwitz, das Wortwitz erst. Ah. Mit Luftbus und so. Guck mal, hallo, Hitler. Zack, Hitler ist weg. Hier ist Jesus Hitler. Boah, und fack ich mal im Mond. Okay. Jesus Hitler, what the fuck. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, was das sein soll. Das ist, kennst du nicht, Jesus Hitler. Das ist doch ganz bekannt. Und der konnte über tote Leichen laufen. Ah, okay. Gut. Ja. Alter. Schlecht Wortwitz. Nein, hier ist Kirby. Der kann aufsaugen. Scheiße. Das war ziemlich gut. Mann. Oh, ich hab den gefressen. Geil, ich bin wieder groß. Oh, okay. Ich bin ein bisschen größer. Du hast gerade ordentlich was gefressen, denke ich. Du bist schon Nummer drei. Ja. Okay. Gut, schön. Warum nicht? Äh, wie viele Punkte hast du? Damit ich weiß... 2000. Boah, fack. Egal. So, Piccolo nimmt jetzt die Erde ein. Langsam, aber sicher. Okay, ich steig jetzt nochmal ab. Mist. Der scheiß Homo hat mich gedreht. Verstehe. So. Will die Erde von der SS oder von Piccolo besiegt werden? Oder von ISIS? Sie kann sich gerade aussuchen. Alter, jetzt müsste ich eigentlich Hitler sein. Das würde so passen. Egal. Nein, die ISIS müsste einfach eiskalt die Erde übernehmen. Fuck, fuck. Nee, SS macht gerade den Piccolo Platz, der die Erde besiegen wollte. Oh, scheiße. Nein, Hitler! Jetzt will den Hitler Piccolo töten. Das ist nicht gut. Ich habe gerade so viele Punkte verloren. Okay. Das ist alles nur wegen der SS. Ja, ich gehe auch gerade auf die SS los. Sehr gut, jetzt macht sie Platz. Falls ich irgendwann mal in die Nähe komme. Scheiße. Ey, da hat jemand ein Schwert nachgebaut. Das ist natürlich geil. Ja. Hier gibt es einige lustige Dinge. Oh, okay. Okay. Ich habe die Hydra gegessen. Alter Schwede, bist du mal eiskalt Erster. Eiskalt hier. Wo bleibst denn du? Du hast schon länger Zeit als ich. Du kennst mich doch. Ich brauche halt meine Zeit, bis ich ordentlich anfange aufzusaugen. Wir haben das schon ein paar Mal miteinander gespielt. Also einmal genau zusammen. Das klingt so falsch. Bitte auch. Bitte einfach aufzusprechen. Okay, geht klar. Wie war das mit diesem grundsätzlich Demnicht sich mehr als zwei Teile zu teilen? Ja. Ich war gerade zu acht. Dann jetzt bin ich hier zu viert. Hälfte meiner Punkte verloren. Sehr gut. Ja. Mission completed. Fuck, ich mache es trotzdem immer wieder aufs Neue. So, wo bist du gerade? Geh mal an die Ecke. Ich will dich sehen, wie du groß bist. Ja, ich bin jetzt links irgendwo am Rand. Okay, ich bin gerade beim Homo. Okay, ich bin über den Homo direkt. Nein, ich bin tot. India hat mich gefressen. Oh Mann, du warst wirklich bloß ein kleines Stück von mir entfernt. Ja gut, jetzt bin ich klein und schnell, jetzt komme ich. Äh, oh fuck. Also, ey, ich versuche in deine Richtung zu fliegen. Ich versuche nicht zu kommen. Ich bin übrigens nicht mehr Erster. Nein, das geht ja gar nicht. Muss ich gleich mal aufpressen. Also, ich bin jetzt ganz links am Rand. Siehst du mich irgendwo? Äh, nein. Keine Chance. Ich bin gerade direkt in einem Kampf mit dem Ersten. Deswegen ist es gerade ein bisschen... Ich sehe den Ersten. Ich umfliege ihn gerade. Er hat mich aufgefressen. Der Typ ist endlos langsam. Ich habe mal, äh... Ja, na und? Ich sehe, ja ho. Es ist eine Kunst, da reinzukriegen. Es ist nie gegen Laternenposten zu laufen. Ne, ich gucke halt gerne aufs Handy. Ich habe das schon ein paar Mal geschafft. Aber der hatte voll die Anziehungskraft, weil er so groß war. Ja, genau. Weißt du, ab 10.000 Punkten saugst du dann einfach nur noch alles ein. Ja, so hat sich das gerade angefühlt. Übrigens, nein. Weil du bist immer noch Erster, ne? Schon wieder, ja. Ich musste gerade wieder ein Teil... Ey, hier ist Hitler! Hitler, kann das sein? Ne, nein, die Erster hat mich schon wieder. Och, nö. Warte, gab es nicht auch irgendwie Deutschland? Ja, Germany. Also, großgeschrieben. Yay! Olé, 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 olé! Ach so scheiße, Indian ist groß. So, dann wollen wir mal das Deutsche Reich wieder zu Macht und Reichtum führen, ne? Es gibt auch das Deutsche Reich. Verdammt! Warte, das muss ich kurz ändern. Oh, ich habe Nemo gefunden. Es gibt Nemo? Also gibt es das auch als Gen? Nee, leider nicht. Nee, das war falsch geschrieben. Ja, ich finde den WoW gut. Was, WoW? WoW. Ist ein WoW. Warte, ganz kurz, wie wird Empire geschrieben? E-M-P-I-R-E. Okay, dann wird es wahrscheinlich zusammengeschrieben, das Stimmen Empire. Nein, wie, was? Irgendwie ging das, ich weiß nicht wie. Kann auch sein, dass es bloß das japanische Empire gab, aber... Ah, einfach nur auseinander. Okay. Ja, das, das wäre zu einfach gewesen. Hallo, Origin. So. German Empire. Ja! Jetzt wollen wir das Deutsche Reich mal zu... ...Reichtum, Macht und Ruhm führen. Oh fuck, da kommt einer. Nein! Nein, nein, nein! Ich bin gleich groß wie der Erste. Indien hat das Deutsche Reich gefressen. Das passiert. Ja, passiert schon mal. Das ist halt Kolonialauflehnung von irgendwelchen Staaten, die eh nie gegeneinander kämpfen. Doch, da bin ich mir ganz sicher, dass es mir sonst einmal in der Geschichte irgendwann passiert. Ganz sicher. So, jetzt lass mich noch gut. Das wird zwölf hier irgendwie, wie wir zuschauen. Ja, und? Mann. Das Deutsche Reich ist zu schwach. Nein! Zu alt und zu schwach. Scheiße, ich wurde zur Hälfte gefressen. Nur noch 50, wollte ich doch noch sehen. Wie kannst du das antun? Jetzt kannst du den Ersten angucken, der ist jetzt genauso groß. Okay. Wie ich vorher. Wo ist denn der Erste? Hast du irgendeinen Plan? Links an der Seite. Links an der Seite. Genau. Ich komme da niemals an. Links willst du helfen, weil das wesentlich einfacher sein wird. Du kannst ja natürlich auch einfach sterben. Ich will dir helfen, aber ein Ball und Koordinator bei mich gerade fressen. So. Wie soll ich dir denn helfen? Normalerweise fiel ich dich dann und du fliegst drumherum um mich und wenn irgendwas Großes auf mich zukommt, schießt du solche grünen Teile an. Weil dann zerplatzen die und du kannst mit dem einen Teil den Gegner abschießen. Dadurch werden die kleiner. Das klingt nach einem Plan, würde ich auch gerne machen. Ich muss dich aber erstmal wiederfinden. Ja, ich bin jetzt irgendwo in der Mitte, das ist ein bisschen günstig zu finden. Ja, dann flieg mal an den Rand. Am besten an den linken. Da bin ich schon ein Stückchen weiter vorne. Das Problem ist, da ist der erste Platz, der mich... Ja, der zweite Platz verfolgt mich gerade. Okay. Nein, der will mich. Wie unterscheidest du überhaupt den ersten und den zweiten Platz? Der erste hat keinen Strich in seinem Namen. Also keinen queren Strich ohne Sachen dran. Okay. Das ist eine gute Beschreibung, Alter. Du kannst das Chinesisch unterrichten. Das eine ist wrong, das andere ist wrong. Ach, du bist German Empire. Ja, du bist German Empire und du bist da. Ich hab dich gefunden. Das war so schwer zu finden, Mann. Ich bin halt so leicht zu übersehen. Du bist so klein. Guck mal, wie groß ich schon bin. Ich bin gerade in meiner Teenager-Phase. Von der Größe her. Wow. Okay, ich soll einfach um dich herumfliegen. Jetzt zum Beispiel ist das so eine grüne. Damit könntest du jetzt den Typen hier zerschießen. Kein Comenschafer. Also einfach rein. Ja, jetzt bringt's nichts. Weil da ist nichts Großes in der Nähe. Hier, wenn der Chicky Baby ankommt, den könntest du dann... Nicht auf mich! Würde ich doch nie machen. Dann stelle ich die Luft zu fienden. Das macht aber Spaß. Außerdem bist du jetzt eh schon unnütz, weil ich nicht mehr in der Nähe bin. Ja, dann komm doch zurück. Ich hab hier gerade eins so groß gemacht. Es dauert Ewigkeiten, bis die platzen. Oder ich mach irgendwas falsch. Aber ich denke, es dauert einfach bis Ewigkeiten. Komm mal zurück. Ich hab's jetzt selbst gemacht. Ich will jetzt aber noch platzen sehen. Ich hab's jetzt selbst platzen gemacht. Die fliegen dann einfach raus. Ich dachte, die gehen dann so richtig in großen Explosionen kaputt. Ja, die werden zersprengt in zwei Teile. Ja, das ist ja keine Explosion. Das ist ja eine Zeltheilung. Ja, gut. Aber am Ende. Die Zeltheilung war eine Explosion im Fortschritt der Lebewesen. Äh, okay. Gut. Genau. So ist das. So, übrigens haben wir hier gerade... Hab ich den Mond über mir. Es gibt ja diese schöne Theorie mit Nazis auf dem Mond. Und so... Nein, nein. Lasst mich in Ruhe. Und so wurden sie bestätigt. Genau. Ich war nicht auf dem Mond, aber in der Nähe. Und irgendwann werd ich den Mond noch einnehmen. So wie alles andere auch. Ich mach die ganze Zeit im Display bloß große Versprechungen und hab noch nix geschafft einzunehmen. Ich wär ein schlechter Führer. Oh! Mörde! Hier ist ein ganz, ganz, ganz großer. Die, die, die... Der ist von mich überholt. Das ist bitter. Nicht der. Die, die, die hat mich gefressen. Okay. Du, du, du Armer. Hast du nur vergessen. Ähm. Ne, ich würd jetzt gern Wortwitz zu One Piece machen. Kennst du das? Ja, ich kenn One Piece, aber... Deine Wortwitze... Ja, ich müsste eh noch überlegen, aber da gibt's halt hier The Will of D und hier, ne, ganze Charakterien, die das D im Namen haben. Okay. Das Problem ist, mir fällt grad kein Wortwitz ein, aber ich würd trotzdem gern einen dazu machen. Glückwunsch. Danke. So. Ey, das German Empire und die SS, die können doch bestimmt zusammenarbeiten. Und B, die SS frisst mich jetzt. Das wär nicht gut. Das wäre irgendwie suboptimal. Wenn die Schutzstaffel, das Deutsche Reich und Hitler fressen würde. Ey, ich bin perfekt. Ich bin als Deutsches Reich genau zwischen Hitler und der Schutzstaffel. Okay. Es ist doch mal eine Position, in der man gedeihen kann. Wachsen und gedeihen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich geh mal ein bisschen nach Osten. Du hast irgendwie mit der Geschichte nicht aufgepasst. Ich musste dieser Spruch sein. Hat auch eine Weile gedauert, bis du dazu was gesagt hast, ne? Ja, ich hab's ja erst später bemerkt. Okay, ich würde... Und, ey, du bist immer noch dritter. Ich war aber sehr dumm. Ich bin's gleich nicht mehr. So, es gibt keinen Lebensraum im Osten mehr. Wir müssen doch nach Frankreich. So, gut, wir sind eigentlich schon in Frankreich. Ich zeige die ganze Zeit die weiße Wahn im Hintergrund. Diese schlechten Witze einfach die ganze Zeit. Diese schlechten Witze. Ich hab mir die Extrat-Boer jetzt zurechtgelegt. Eigentlich wollte ich jetzt Monster Hunter aufnehmen, aber ich hab da gedacht, komm, bevor du aufhörst, spielst du nochmal kurz Agario. Ja, ich sitze jetzt schon eine Weile dran. Das spielst du einfach zu gut. Kommt man nicht weg. Genau. Oh, ich kann Hitler... Ich kann Hitler fressen. Hitler, bleib hier. Hitler? Kann das sein? Hallo, Hitler? Kann das sein, dass ich dich fressen kann? Shit, da kommt ein großer Hitler. Aber schön wie der Hitler das deutsche Reich gefüttert hat. Fuck, hier ist die SS und der Mond. Ich muss sie machen, gemeinsame Sachen. Ja, sie machen wirklich gemeinsame Sachen. Oh mein Gott. Besser als Erde und Mond. Das wäre ja noch zu eindeutig. Da würde ja jeder drauf kommen. So... Da hätte ich jetzt auch schon mal da ein ganzes Planetensystem zusammengearbeitet. Da hatte man ein ziemliches Problem. Ja. Oh, und da ist wieder die, die, die... Ja, Drache ist Blutwurst. Ah, ist auch da. Drache ist Blutwurst? Ja, Drache ist Blutwurst. Hast du noch nie gesehen, wie Rache Blutwurst aufisst? Okay. Das ist ein sehr blutiges Spektakel. Und ein sehr rachiges. Ich dachte, Drache, ey. Nein, Drachen spucken Feuer, die sind ja nicht drin. Aber ich kann nicht mehr Plops spucken. Was? Ich kann Plops spucken, reicht das auch? Wenn sie brennen, dann ja. Oh, fuck, Homo nimmt mich gerade fast ein. Alter, bin ich langsam. Ich habe hier so ein paar kleine vor mir. Die flitzen umher und ich... Ja. Was bist du? Also wie ich deinen Punkt zahle. 529. Größer war ich mir jetzt vielleicht auch nicht. Also sag nix dagegen. SS, lass mich in Ruhe! SS, nein! Also 10.000 ist dann etwa gut. Okay. Merke ich mir. Oh, scheiße. Die, die, die bin ich jetzt wieder zu klein. Oh. Ich bin übrigens gerade nur zweimal da, ne. Alle, die das nicht bestätigen können, können nicht zählen. Oh mein Gott. Ich kann es mir schon vorstellen, das ist ein schöner Dröcker. Ah, fuck. Und man könnte mich jetzt als Schutzstaffel bezeichnen, so viel wie ich jetzt bin. Dann bist du aber kein Schutz, dann bist du eine Feedstaffel. Na und, ich füge mich doch gerade wieder zusammen. So. Oh, jetzt bin ich wieder schön groß. Fuck, wenn der mich kriegt, bin ich tot. Nein! Äh, und Joga. Nein, nein. So. Jetzt. Zack, kraches Blutwurst. Ja, das hatten wir gerade eben schon. Ey, guck mal. Ey, komm, lass den zusammen buchen. Jo, auf geht's, den mach mal. Nu. Ey, nein, nein, Junge. So, dann bin ich da. Ich muss doch nicht fressen. Ich muss doch diesen grünen Teil weg. Ja, 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 würde ich jetzt auch sagen. Würde ich dich fressen wollen, hätte ich es getan. Ja, ja, ja. Soll ich dir beweisen, dass ich... Nein, nein, tu es nicht, tu es nicht. Wirklich nicht? Wir sind Freunde, kein Futter. Oh, schade. Ich bin gerade straight auf dem Weg zu meiner 1000. Das kannst du mir jetzt nicht nehmen. Könnte ich schon. Ja, das war mein Essen. Aber du machst es bitte nicht. Was? Wo ist deine? Mach die Augen zu, dann weißt du, was deines. Wir kriegen uns auch ein anderes... Wie heißt das? Ein anderes... Wie ist das, wenn irgendwas anders aussieht? Anderen Skin? Oder anderes Aussehen? Ja, genau. Vom Hintergrund, halt Dark Space, oder wie das heißt. Okay. Kann man am Anfang einstellen, ne? Was? Kann man am Anfang einstellen, ne? Hab schon, ja. So, und kurze Frage, kann es sein, dass ich nicht mehr größer werde, durch diese kleinen Sachen? Nicht mehr wirklich. Also, so unmerklich, das ist eigentlich... Alter, die feeden sich gerade gegenseitig. Natürlich, die arbeiten zusammen schlichtweg. Die beiden Ersten, das ist ja unfair. Lass das mal auch machen. Ja, du weißt nur prinzipiell nicht, wie du hilfst. Ja, es ist mir erstmal egal. Ich will es trotzdem probieren. Und deswegen bist du... Ich hab tausend Punkte. Yay. Tausend vierhundert, um genau zu sein. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ja. Problem ist, ich bin grad zu viert da. Jeder, der mich frisst, hat... Komm her. Nein, 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 nein. Äh, ich fresse ein Stück von dir und geb dir das Zeug dann wieder. Das ist viel sinnvoller. Damit kann man sich viel schneller zusammenfügen. Hast du auch wieder recht. Dann fress mich. Hier. Ja, aber lass mich noch ein Teil hier fressen, dann fügst du sie schneller zusammen. Nein, das passt schon, danke. Ich vertraue dir noch nicht ganz. Ich hätte dich schon viermal fressen können. Ich bin im Leaderboard, ach wie schön. So, ich bin zwar nur halb so gut wie du im Leaderboard, aber was sollst. Wir bringen mich noch am ersten Platz, dann können wir das jetzt bei beenden. Haben wir Agarion in einem Part durchgespielt. Natürlich, du spielst es doch immer durch. Ich spiel jedes Spiel durch, was ich anfange. Hust, hust. Genauso wie Monster Hunter. Hat man ja gemerkt. Ja, es dauert halt ein bisschen länger. Es ist halt ein großes Spiel. Panda! Ich habe gerade ein Problem. Ich bin so groß, ich kann die Namen der Leute nicht mehr erkennen. Das heißt, ich kann keine schlechten Bordwürzel mehr machen. Verdammt! Ja, das ist schon schrecklich. Musst ihr große Leute suchen, dann... Na gut, die stehen auch alle auf dem Leaderboard. Ja, das stimmt. Also Homo, Mond und Dusen, die über mir. Die SS ist immer noch ziemlich groß. Warum hat die mich nicht mitgezogen? Schlimm. Stellt sich einfach so gegen mich. Deserteure. Müssen alle erhängt werden. Und geköpft. Alle erhängt. Oh, hier ist noch eine SS. In der gleichen Farbe wie die andere. Okay, hier wird... Ich bin Moos. Ja, du bist Moos. Scheiße, bin ich auch gleich Moos? Hey, du lebst noch. Ja, war nett genug, dich am Leben zu lassen. Nein, er hat's versucht. Er hat's wirklich versucht. Zweimal. Okay. Wir können das übrigens auf dieser... Auf dieser Welt vergessen, noch Erster zu werden. Wieso? Hast du dir den ersten Mal angeguckt? Nein, ich hab noch nicht gesehen. Aber er geht auch noch nicht über das Ganze platt. Aber fast. Es fehlt nicht mehr viel. Gut, dann bin ich froh, dass ich gerade an der anderen Seite bin. Nein, nein, er hat... Oh, er hat mich fast gefrisst. Boah, jetzt hatte ich schon Angst. Ey, hier ist eine Erde mit zwei Monden. Was ist das für ein Scheiß? Ich würde gerne mal die Gezeiten auf der sehen. Stimmt's recht witzig. Das klingt jetzt nach einem übelst schlechten Anmachsprung. Ich würde gerne mal deine Gezeiten sehen. Hier, friss mich mal ein Teil und gib mir das Zeug wieder. Okay. So, gib mir mal das Zeug wieder. Ich wollte jetzt eigentlich direkt, äh... Naja, dich ganz komplett fressen. Dann hab ich mir gedacht, nee, sonst hab ich dich als Feind und das wäre auch nicht gerade so geil. Noch was? Dann behalte den Rest. Okay. Du schaffst es eh schneller abzusteigen als ich. Nee, 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 nee. Außerdem kann ich dann mal versuchen, zu supporten dich. Okay, dann probieren wir das mal so. Damit ich sehe, wie es sein müsste. Okay, dann brauch ich aber weniger Größe. Boah, aber mir legt's irgendwie ab und zu. So. Lass mir direkt die Hälfte irgendwie reinschleudern. Okay, ich bin zweiter, nice. So läuft das. Ich bin immer noch zu groß. Boah. Also, ich komplett fress ein bisschen kleiner. Halt die Fresse. Das ist schwierig. Ich nehm grad auf. Normalerweise funktioniert der Spruch, aber gerade nicht. Ja. So, ich muss aber... Nee, die Kleinen hier, die bringen mir auch schon nix mehr. Alter, bin ich langsam. Junge, nicht zweimal teilen. Das ist blöd. Nein, das ist nicht blöd. Das ist... Das hier, das wäre blöd. Komm, jetzt gib mir den Feed und lass dich fressen. Ich fress dich doch schon. Nee. Junge. Hau ab, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Deswegen. Das war bescheuert. Nein. Okay, wir sollten einen anderen Server nehmen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich bin weg. Ich leb noch. Alles gut, easy. Wir schaffen das. Ich bin immer noch 10. Alter, ich bin immer noch 10. Wie schlecht sind denn die anderen? Nein. Du warst jetzt grad übelst schlecht. Der Dritte bis zum 10. ist ungefähr das Fünffache. Also, pro Ebene. Ich bin genauso groß wie die Erde. Also, ne. Alles in Ordnung. Oh fuck, ich bin tot. Okay. Das war doof. Okay, wir nehmen einen anderen Server. Okay, wir nehmen einen anderen Server. Lass mal East Asia probieren. Das ist bei mir das erste in der Hand. Ganz kurz, wir nehmen schon 40 Minuten auf. Ich würde diesen Part jetzt erstmal beenden. Achso, okay, gut. Ja, ich hab auf jeden Fall mir gezeigt, wie es geht. Man kann erster Platz werden. Und dann fehlt man seinen Kumpel, der alles irgendwo hinschmeißt. Der sich dann selber umbringt. Genau. So machen wir das. So wird man erster. Und bleibt erster. Ja. So funktioniert dieses Spiel. Genau. Die Aufnahme war jetzt etwas länger als gedacht. Aber trotzdem. Alias Amigos. Und hoffentlich. Auf Wiederhören. Oh Mann.